Moin Leute, der Klassiker, die Handyvideos. Es ist, wie immer am Anfang zeigen, 1.48 Uhr am 31.05. Heute, vor 5 Jahren, wurde mein Kanal gegründet. Und die letzten 365 Tage, ist nicht ganz das der Zeitraum, aber ca. Und diesen Zeitraum haben wir 152.000 Aufrufe gemacht, 1640 Stunden Wiedergabezeit, 217 Abonnenten und kein Geld. Und diese Zahlen sind einfach extrem krass. Die Abonnenten sind ca. die Hälfte, also ca. die Hälfte, wenigstens 3 Viertel, wenigstens 3 Viertel von meinen gesamten Sachen auf dem Kanal. In diesem Jahr haben wir eine YouTube-Partnerschaft, bzw. eine kleine Partnerschaft-Kooperation, die gerade in der Entstellung steht, mit Lichtenberg gestartet. Wir haben in dem Jahr das erste Video mit 10.000 Aufrufe gemacht, der Haaland-Song, habe ich nichts gemacht. Wir haben das neue Format entdeckt, die Fußball-Videos. 5.700, 4.5, 3.5, 3.3, 3.000 und so weiter. Also wir haben ein eigenes Ding entdeckt. Wir haben die 500 Abonnenten erreicht. Dazu kommt nächste Woche auch der Bartfärbstream. Wir haben viele neue Leute kennengelernt. Kutschi, Marvin, Justin, mit denen ich jetzt viel mache. Und ich wollte einfach Danke sagen, heute kommt noch ein Realtalk-Video, wo ich nochmal über das Jahr von mir menschlich rede. Und heute kommt ein Fahrrad-Tour-Leistream. Ich werde eine Fahrrad-Tour machen, die ich live auf YouTube streame, hier auf dem Kanal. Gönnt sie euch. Würde ich sagen, hau da rein. Danke für 5 geile Jahre. Und dann guckt euch... Das Video-Talk-Video wird auch wichtig. Guckt es euch bitte an. Das Video-Talk-Video wird auch wichtig.